Jo Leute, wir haben einfach innerhalb von wenigen Sekunden über 10.000 XP bekommen durch diesen kranken XP-Glitch. Und damit was geht Leute und herzlich willkommen zu einem neuen XP-Glitch wieder hier auf meinem Kanal. Heute in diesem Video wieder einen nagelneuen XP-Glitch in einer Kreativ-Modus-Map, wo ihr wieder AFK brutal viele XP bekommen könnt. Das Ganze hier Freunde ist natürlich kein Fake, es ist zu 100% möglich und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Falls du keine XP-Glitches mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Für den maximalen Support, geh gerne in den ITEM-Shop und trag meinen Kreativ-Code der Tima ein, wenn du mich supporten möchtest. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. So Leute, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Bevor wir jetzt anfangen, viele haben mich gefragt, wo die XP angezeigt werden. Ihr müsst dafür leider immer hier auf Einstellungen gehen und da wo man halt den Sprachstuhl und seine Freunde sieht. Und dann sieht man hier unten immer euer Level und wie viel Boost er noch braucht oder halt wie viel XP noch braucht für ein neues Level. Ist vielleicht blöd, aber ihr müsst einfach auf Einstellungen gehen, dann seht ihr das hier. Nur kurz als kleine Info. Jetzt müssen wir hier auf Inselcode gehen und dort tragen wir diesen Inselcode ein. 008879542363. By the way, den Inselcode packe ich euch in die Beschreibung und in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt dann gleich in der Map. So Leute, jetzt sind wir in der Map. Ganz wichtig, ihr müsst jetzt zu diesem sogenannten Aim-Course gehen. Keine Ahnung, wie das Wort heißt. Dann holt euch einfach hier so eine Waffe auf und sparen. Und jetzt müsst ihr, ganz wichtig, müsst ihr genau aufpassen. Dann müsst ihr hier bei Aim-Course einen Boden und eine Cone platzieren. Also eine Pyramide über dem Boden. Und jetzt müsst ihr erstmal ganz normal diesen sogenannten Parcours machen. Ihr könnt gerne ein bisschen Aim trainieren nebenher. Aber mache ich jetzt nicht, weil ich euch kurz zeigen will. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem kurzen Cut oder nach dem kurzen Musik. Keine Ahnung, bis gleich. So Leute, jetzt müsst ihr genau aufpassen. Ihr springt einfach jetzt hier drauf. Und jetzt, dass ihr mehr XP bekommt, müsst ihr hier öffnen. Und wie ihr jetzt seht, bekommen wir ultra viel XP. Ihr müsst einfach AFK die ganze Zeit nur gegen die Wand laufen. Einfach immer die Taste drücken, wo ihr gerade auslauft. Am besten lauft ihr immer rechts und links, dann bekommt ihr eigentlich am meisten XP. Und ich würde euch vorschlagen, an alle, die gerade zuschauen. Doch wenn ihr keine XP-Klitches mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Denn diese Glitches werden immer gepatcht, das heißt rausgenommen von Fortnite und dann sind sie nicht mehr möglich. Also wenn ihr diese XP-Klitches gefallen solltet oder dir helfen solltet, dann lasst euch jetzt gerne ein Abo da, um keine mehr zu verpassen. Jo Leute, wir haben einfach innerhalb von wenigen Sekunden über 10.000 XP bekommen durch diesen kranken XP-Klitch. Leute, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Danke fürs Zuschauen.